Kriminalhauptmeister Kurt Diekmann, ein altgedienter, routinierter Praktiker. Matowski, Kriminalpolizei. Arnold Matowski, Kriminalhauptmeister. Vor einigen Jahren zerschoss ihm ein Bankräuber das linke Handgelenk. Das ist auch super. Kriminalobermeister Theodor Bär, nicht nur glücklich, sondern auch wohlhabend verheiratet. Hier, Kastor 4. Eberhard Seidel, Junggeselle, Kriminalobermeister Benjamin im Sonderdezernat K.1. Zieh dir das hier mal an. Kriminalmeister Oliver Stüken, der jüngste Beamte in SK.1. Worauf warten wir noch? Feierabend. Los, ab nach hinten. Sollen wir ihn jetzt kassieren? Stehenbleiben! Er ist mit dem Kopf in den Spiegel geknallt. Ein ganzer Haufen nagelneuer Personalausweise. Auch ohne Namen. Ein ganzer Haufen. Kliniken. Ok. Ist das jemand? Das war's.